Ich kann heute das erste mal spielen. Ich freue mich total. Ich mag das. Also ich mag es wirklich. Hat nichts mit einem Hype zu tun. Ich freue mich da die ganze Zeit schon drauf. Und jetzt geht es endlich mal zu spielen. Das ist echt super. So, dann laden wir dich mal wieder auf. So, dann laden wir dich mal. So, wo habe ich denn jetzt mein Schiff stehen lassen? Oh, da ist immer noch Gold. Da irgendwo. 14 Sekunden. Okay. Dann sind wir ja gleich da. 15 Sekunden. das ist eisen 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 mein schiff steht da oben okay super nein 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 scheiß bug Ja, GZ, Nils. Das freut mich. It's just a prank. Ja, beste Deutsch. Ich bin begeistert. Da ist noch mehr Gold. Da ist auch noch mehr Gold. Wieso ist hier überall so viel Gold? Egal. Wird alles mitgenommen. Ja, guck dir das mal an. Weil ich habe nämlich echt das Gefühl, dass die Performance um einiges verbessert worden ist. Was ich schon... Oh. Ich bin begeistert. Oh, ich bin begeistert. Ja, ich spiele auch auf Experimente Jetzt wollen wir nuklearen Planeten suchen Ja, machen wir gleich Ich will mich hier erstmal in Ruhe umgucken Also ich möchte No Man's Sky auch selber erleben Okay Nicht böse gemeint Aber Jeder hat so seine Art zu spielen Seit wann ich den Chat unten lese Bei No Man's Sky ist das so Mit meinem System los war Dinge Bin mir da manchmal nicht so sicher Aber so langsam haben wir alles Ausgemehrt Vielleicht erkläre ich das nochmal In einem YouTube Video Mal gucken Dann kann sich das dann nämlich jeder angucken Der das wissen möchte Brauche ich das nicht immer wieder wiederholen Oh, was ist das? Iridium Super Nein Habe ich jetzt nicht gemacht Verdammt Jetzt müsste ich doch wieder Platz haben Ach, geht das runter in die Erde? Das ist ja cool Das ist ja cool Da oben haben wir noch Gold Ne, da ist auch nichts mehr Okay, da war noch ein bisschen was Da hinten ist noch ein Was haben wir denn da? Ist das Iridium? Ich kann ja nicht aufhören, ne Wenn ich erstmal dabei bin Nützt ja nichts Das müsste doch Das müsste doch Heridium sein, ne Ja, das ist Heridium Das brauche ich momentan nicht so Moin erstmal I love mountains Hallöchen Auch für alle lieben Leute Die so Ja, bla Verdammt Jetzt habe ich vergessen Was ich sagen wollte Nein, ich habe auch noch einen YouTube-Kanal Mit Vlogs und so weiter Falls ihr da mal vorbeigucken wollt Alle lieben neuen Leute Könnt ihr das gerne machen Link ist unten in der Kanalbeschreibung Der Nightbot postet auch immer wieder Den Link dazu Und auch zum neuesten Vlog und so weiter Schaut einfach mal vorbei Ich denke mal, das ist auch recht unterhaltsam Hab ich schon öfter gehört Vor allen Dingen auch meine Acker-Vlogs Guckt es euch mal an Vielleicht gefällt es euch ja Ähm, so Und falls ihr günstig Spiele sucht Unten in der Kanalbeschreibung Ist mein Instant Gaming Link Ganz wichtig Da mal eben nachschauen So Jetzt alles gesagt Ja, ich überlege gerade Da hinten ist noch ein Ob man vielleicht wirklich mal Einen anderen Planeten sucht Aber ich will erst mal Meinen Scheiß verkaufen gehen Jetzt muss ich eben kurz warten Wegen Bug und so Kann ich eigentlich auch Gold so einsammeln? Ach, scheiße Jetzt ist da schon wieder so viel Gold So, da haben wir dann wieder das Fragezeichen Da gehe ich dann direkt mal hin Das gucken wir Ach, ne, da war ich ja schon Ha, witzig Muss man eben schauen Ob ich doch noch Gold aufheben kann Okay, super Ich würde zumindest einmal in meinem Inventar So halbwegs voll machen Und dann gleich ein bisschen was verkaufen gehen Und dann kann man ja gleich weiter gucken Hi Mary Death Moin Wie gesagt, ich lese den Chat heute auf dem Handy nach Wenn mir die CPU entlastet wird Dann läuft auch No Man's Guide Alles klar, Nils Ich wünsche dir einen schönen Tag, ne? Okay Ich habe es verstanden Jetzt habe ich ordentlich Gold dabei So, das gehen wir jetzt verscherbeln Sollte ich die Station nochmal wiederfinden? So, oh nein Ich hasse sowas Unterschlupf, ich will ja gar keinen Unterschlupf Ah, komm mehr Gehen wir auf einen neuen Planeten Darauf geschissen Neras, danke für dein Follow Und herzlich willkommen in der Gemeinde Müsste der mir nur mal sagen Ankunft in Neun Minuten, okay Pulsantriebwebel Aktiviert Oh, ein grüner Planet Werden wir gleich sehen Sehr cool, sehr cool Hallo, zeig mal her Oh, geil Oh, wie cool Ich will aber gar nicht landen Ich brauche erstmal irgendwie einen Anlaufpunkt Ja, dann fliegen wir hier erstmal in Ruhe rüber Vielleicht findet man ja eine Raumstation Schleunigen wir das Ganze ein bisschen Was haben wir da? Okay, da war ich ein bisschen zu schnell mit dem Drücken Wollte ich gar nicht Aber es macht nichts Verstrahlt Ja, super Toll Hier werde ich wohl nichts verkaufen können Weil ich mir nicht vorstellen kann Dass hier irgendjemand lebt Nein, No Man's Sky kannst du bei Instant Gaming nicht kaufen Leider Steam ist exklusiv verkäu- Bist du, bist du feindselig? Nein Was ist das? Was ist das? Tytonium Oh, nö Was, was trifft mich denn da? Ich glaube, die können das ab Fuck Scheiße Komme ich da jetzt wieder raus? Ich habe es getötet Okay Oh, nö Tschö Vielen Dank.